Hi, mein Name ist Timo Ickenroth von www.deinschlatzelehrer.de. In dem folgenden Video geht es um die richtige Stock- und Handhaltung. Ich zeige dir die ersten Schritte, wie man diesen Fremdkörper in deiner Hand richtig hält und kläre Begriffe wie Traditional Grip, Matched Grip, German Grip, French Grip und American Grip. Lass uns loslegen. Prinzipiell unterscheiden wir zwischen zwei Stock-Haltungen. Die eine, das ist die, auf die ich dann auch im Speziellen eingehen werde. Rechte und linke Hand halten den Stick identisch. Das nennen wir Matched Grip. Dann hast du vielleicht schon öfters gesehen, Musikkapellen, bei Musikvereinen, also bei Schlagzeugern oder Trommlern, die mobil sind. Die haben eine Trommel vor sich hängen und die ist dann oftmals an einem Tragegurt, nicht an einem Gestell, sondern an einem Tragegurt. Und durch diesen Tragegurt hat die Trommel eine schräge Spielposition. Ich zeige das anhand eines Pads mal, damit du dir das besser vorstellen kannst. Das hier ist nichts anderes als ein Übepad. Normalerweise ist die Trommel ungefähr so vor mir. Allerdings bei Marschieren, bei einem Tragegurt, kommt die Trommel in so eine schiefe, schräge Position vor den Spielern. Und wenn ich jetzt beide Sticks Matched Grip halte, also rechts und links gleich, habe ich das Problem, dass mein linker Arm, mein linker Oberarm sehr hoch muss, um die Trommel spielen zu können. Und da hat sich dieser Griff etabliert, den nennen wir den Traditional, beziehungsweise ja auf Deutsch den Traditionellen Griff. Dadurch kann der Oberarm entspannt bleiben und ich kann bedingt durch diese Haltung die Trommel sehr, sehr bequem anspielen. Ihr müsst immer denken, bei Marschieren läuft man ja nicht nur mal 10 Minuten, sondern das kommt aus der Militärtrommel, man marschiert manchmal über Stunden und dann wäre es natürlich ultra anstrengend, den Arm immer so zu halten. Der würde irgendwann wahrscheinlich abfallen. Deswegen geht man in diese traditionelle Haltung rein. Ich zeige euch aber insbesondere diese Haltung, den Match Grip. Der Match Grip hat seinen Ursprung in der klassischen Musik und zwar bei den Paukern. Da wurde dieser Match Grip schon lange verwendet. Bei den Pauken habe ich die Trommel gerade vor mir und nicht schräg wie beim Marschieren. Also hat es da keinen Sinn gemacht, eine andere Stockhaltung für die rechte als auch für die linke Hand zu verwenden. Also beide Hände haben die gleiche Haltung. Dies ist auch zu Beginn meiner Meinung nach definitiv zweckmäßiger. Denn beide Hände haben die gleiche Technik. Das heißt, man kann beide Hände vergleichen. Beide Hände werden gleichmäßig belastet oder haben die gleichen Muskelgruppen, die belastet werden. Und es werden unnötige Verwirrungen vermieden, wenn es vor allem später auch mal um wirkliche Bewegungsabläufe geht und eben um spezielle Techniken für die Hände. Im Prinzip kannst du natürlich selbst entscheiden, welche Stockhaltung du wählst. Aber wie gesagt, ich sehe gerade für die Anfängerin und den Anfänger große Vorteile im Match Grip. Und es ist auch nicht wahr, dass man Match Grip manche Sachen nicht spielen kann. Es gibt immer wieder auch natürlich Puristen, die behaupten, das Schlagzeug ist um den Match Grip herum entstanden. Ja, das ist soweit natürlich auch richtig. Aber das ist lange her und ich kann das Schlagzeug natürlich entsprechend auch so aufbauen, dass ich alles mit Match spielen kann. Und wie gesagt, für mich ist Match Grip definitiv die Sache, mit der man sich zu Beginn beschäftigen sollte. Und deswegen werde ich auch hier nur detailliert auf diese Haltung eingehen. Was ich nun zeige, ist eine erste Herangehensweise an die Stockhaltung. Je nachdem, was und wie ich spiele, kann sich diese Haltung natürlich auch ändern und das sollte sie dann sogar auch. Und es ist ähnlich wie bei der Sitzposition. Jeder von uns ist etwas anders gebaut. Der eine hat eine große Hand, der andere kurze Finger und so weiter. Da kann ich hier nur eine Hilfestellung leisten. Aber diese Ausgangsbasis, die sollte man definitiv beachten. Eure Schultern sind entspannt. Die Oberarme hängen locker am Körper herunter. Nun hebt ihr den Unterarm an und zwar nur so weit, dass er so ungefähr parallel zum Boden ist. Ihr schaut dabei so leicht schräg auf eure Hand. Nehmt jetzt einen Stick und schiebt ihn in diese Hand rein. Nun wird der Stick ungefähr am Treffpunkt des mittleren und unteren Drittels des Sticks zwischen Daumen und Zeigefinger genommen. Warum ausgerechnet dort? Ungefähr dort hat der Stick den besten Schwerpunkt, was für uns Drummer wiederum bedeutet, dass dort der optimale Rückprall ist, was wir als Rebound bezeichnen. Ähnlich wie einem Basketball, der auf den Boden aufkommt. Der kommt auch von alleine zurück. Das gleiche möchten wir von unserem Drumstick haben. Denn dieser Effekt, dieser Rebound, der sorgt dafür, dass der Stick uns später eine Menge Arbeit abnimmt. Aber kommen wir zurück zur eigentlichen Haltung. Die Daumenspitze liegt getrennt durch den Stick gegenüber vom Zeigefinger. Man sollte unbedingt wirklich darauf achten, dass man zwischen diesen beiden Fingern den Stick sehen kann und die Finger sich nicht berühren. Der Mittelfinger, der Ringfinger und der kleine Finger umschließen den Stock und liegen locker an. Der Stick befindet sich im Handballen. Bei dem einen oder anderen kann der kleine Finger zu kurz sein, um anzuliegen. Das ist dann okay und nicht von allzu großer tragischer Bedeutung. Alle Kontaktpunkte der Finger sorgen letztendlich dafür, dass der Stick gehalten wird, in Position bleibt und nicht runterfällt. Oberstes Gebot muss sein. Nicht feste zupacken. Der Stick muss Bewegungsfreiheit haben. Ob ihr zu feste zupackt, das könnt ihr gut am Fingernagel eures Daubens sehen. Wenn ihr zu viel Druck ausübt, dann wird der Fingernagel weiß, weil ihr das Blut etwas abdrückt. Das ist dann definitiv zu feste. Also locker und entspannt bleiben. Lasst das Blut durch eure Finger fließen. Wenn ihr nun alles richtig macht und ihr von oben auf eure Hand und den Stick schaut, dann ist der Stick schräg zu eurem Körper. Er ist in dieser Haltung keine gerade Verlängerung. Er ist schräg vor euch. Wer testen möchte, ob er wirklich alles richtig gemacht hat, der nimmt jetzt den anderen Stick und steckt ihn von oben durch die Hand durch. Da muss genügend Freiraum sein, damit das überhaupt funktioniert. Sollte das der Fall sein, dann seid ihr auf dem verdammt guten Weg. Nun gibt es im Prinzip drei verschiedene Grundhaltungsarten für die Hände im Match-Grip. Und jede davon hat ihre Berechtigung. Fangen wir an mit dem French-Grip, also der französischen Haltung. Diese Haltung kommt von den französischen Paukisten. Hierbei wird die Hand so gehalten, dass der Daumen oben liegt. Die Bewegung kommt dann vornehmlich aus den Fingern. Dazu das Gegenstück ist der German-Grip, der deutsche Griff, die deutsche Haltung, ebenfalls von den Paukern. Hierbei wird die Hand so gehalten, dass man von oben auf seinen Handrücken schaut. Der Daumen befindet sich an der Seite. Hier erfolgt die Bewegung vornehmlich aus dem Handgelenk. Was wir als Schlagzeug jedoch meistens machen, das ist der American-Grip. Die amerikanische Haltung. Warum die so heißt, das weiß heute kein Mensch mehr. Also die hat nicht ihren Ursprung, zumindest bei den Paukern. Und ist sozusagen eine Mischung aus dem French-Grip, wo der Daumen oben ist, und dem German-Grip, wo der Daumen wirklich sehr, sehr deutlich an der Seite ist. Denn bei dem American-Grip ist der Daumen leicht schräg. Macht euch gerade am Anfang nicht zu viele Gedanken über eure Stock- und Handhaltung. Das kann einen auch absolut in den Wahnsinn treiben. Achtet bitte nur darauf, dass euer Daumen am Stock ist, dass eure Zeigefinger nicht auf dem Stock sitzen, sondern an der Seite sind, und dass ihr nicht feste zupackt. Der Stock muss leben dürfen. Er muss atmen können. Lockerheit ist unser oberstes Gebot. Meine Devise lautet, so locker wie möglich, so feste wie nötig. Wenn ihr diese paar Punkte beachtet, dann sollte fürs Erste eigentlich alles funktionieren.